Musik Normalerweise geht es hier bei den Stadtwerken Rostock rund um die Uhr um Strom und Wärme. Aber einmal im Jahr wird es im Kraftwerk musikalisch. Es wird zu einem magischen Ort, der sein Publikum verzaubert. Auch dieses Jahr gab es am Abend des 24. Mai wieder Klassik im Kraftwerk. Das begleiten wir uns schon seit Jahren, haben gesehen, wie das gewachsen ist, wie das Engagement, das Talent, die Begeisterung junger Menschen für die Musik gefördert wird, wie sie in besonderer Weise gefördert wird und unterstützt wird. Und das ist das, was uns so begeistert an diesem Projekt. Deswegen sind wir dabei und deswegen stellen wir auch gerne unser Kraftwerk zur Verfügung, um auch in einem besonderen Ambiente diese Veranstaltung durchzuführen. Die Young Academy Rostock, kurz JARO, unterstützt mit viel Engagement die herausragenden jungen Talente, die das Zeug dafür haben, Profis zu werden. Klassik im Kraftwerk, eine tolle Möglichkeit, ihr Können in einem besonderen Ambiente zu zeigen. Dieser Ort überrascht uns immer wieder. Man betritt diesen Raum und denkt, es kann doch kaum wahr sein, dass wir jetzt hier an diesem Ort, in dieser Arbeitswelt, ein klassisches Konzert hören. Das macht was mit einem, weil es wirklich in eine ganz besondere Stimmung versetzt, weil viele Räder ineinander greifen müssen, um das zu verwandeln, diese Verwandlung zu ermöglichen. Dass alle, die heute kommen, diesen Raum wahrnehmen, der so schön beleuchtet ist, mit einer schönen Bühne, mit einem wunderbaren Flügel vorbereitet ist, wirklich als Konzertsaal wahrzunehmen. Und das, finde ich, steigert einfach die Lust zu spielen, die Inspiration, hier was Besonderes zu machen. Die Künstler kommen aus Wolgast, Schwerin, Greifswald oder Rostock. Los ging es mit der jüngsten Musikerin des Abends, die 13-jährige Lioba Morkel, spielte ein Stück des Stargeigers Fritz Kreisler, der um 1940 herum eigene Stücke unter anderem Namen veröffentlichte. Herausragend auch das Saxophonquartett aus Schwerin, alle 16 und 17 Jahre alt, mit Stücken von Will Gregory und Dimitri Shostakovich. Letzterer etablierte in den 1930er Jahren den Jazz in Russland. Auch mit einer Blockflöte gelingt hohe Kunst, das konnte die 14-jährige Johanna Lorenz beweisen, mit Musik von Christiane Martini, eine Bestseller-Autorin, die eigentlich Musikerin ist. Unglaubliches zeigte auch Tobi-Olias Brechler am Klavier. Der 19-Jährige hat schon einen großen internationalen Preis gewonnen, komponiert auch Lieder selbst. Der junge Mann, der sich voll und ganz der Musik widmet, spielte bei Klassik im Kraftwerk ein Stück von Mili Balakirev. So große Leistungen auf der Bühne, die begeistern einfach. Begeisterungsfähigkeit, junge Menschen, Talent ziehen, Ehrgeiz, Leidenschaft für eine Sache zu entwickeln, das ist ja hier bei diesen jungen Musiker und Musikerinnen gegeben. Und sowas wünschen wir uns, das passt natürlich zu unserem Unternehmen, wenn man sagt, wir sind ein Energieversorger, wir haben eine Transformation, wir haben viele Aufgaben in der Zukunft, um da CO2-frei zum Beispiel zu werden. Und das begeistert ja auch viele junge Menschen, die da daran mitarbeiten wollen. Und das ist so diese Situation, die uns daran gefällt. Diese jungen Talente haben nicht nur die Kraft des Werks genutzt, sondern auch die Kraft ihrer Träume. Und gezeigt, dass die Energie der Zukunft in den Händen der Jugend liegt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017